Was ist Russisch-Deutsche Beziehungen, Wirtschaft und Politik? Russisch-Deutsche Beziehungen, Wirtschaft und Politik ist ein Zertifikatsprogramm, das an MGMO Bachelor- und Masterstudierenden angeboten wird. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten bekommen eine Reihe von Tutorien und Seminaren über die deutsche Wirtschaft, die deutschen Außenwirtschaftsbeziehungen, aber auch die deutsche Innen- und Außenpolitik im Kontext der Russisch-Deutschen Beziehungen, sowohl auf einer politischen als auch auf einer wirtschaftlichen Ebene. Und dann die Besten von den Studierenden kommen mit einem Stipendium für ein Semester an der Freien Universität Berlin, um ihre Forschung abzuschließen oder weitere Kurse belegen zu können. Dieses Programm besteht schon mehr als zehn Jahre und wir betrachten das als einen sehr wichtigen Baustein der deutsch-russischen Kooperation auf der universitären Ebene.